Anfang November gab Schwester Eva ihre Schwangerschaft auf Instagram bekannt. Damals veröffentlichte die Rapperin ein Bild, das sie im kurzen Kleid zeigte. Der Babybauch zeichnete sich auf dem Foto bereits deutlich unter ihrem Kleid ab. Dennoch zweifelten einige die Schwangerschaft der 34-Jährigen an. So schrieb ein Instagram-Nutzer unter das Bild, die Alte ist doch nie im Leben schwanger. Gegen solche Gerüchte will sich die werdende Mutter nun offenbar wehren. Auf Instagram veröffentlichte sie erstmals ein Bild von ihrem Babybauch. Im Kommentar dazu heißt es 1000 Gerüchte, wenig wahre Worte. Mit diesem Kommentar könnte sich Schwester Eva aber auch auf andere Gerüchte beziehen, die rund um ihre Schwangerschaft kursieren. Etwa um das Geschlecht des Kindes und die Frage, wer der Vater ist. Wie es aussieht, möchte die Musikerin dazu aber lieber schweigen. Fest steht, nachdem sie im Juni 2017 wegen Körperverletzung, Steuerhinterziehung und sexueller Verführung Minderjähriger zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt wurde, ist die Zukunft für sie und ihr Kind ungewiss. Bisher ist unklar, ob ihr Baby noch in Freiheit geboren wird. Viele Fans wünschen Schwester Eva auf alle Fälle alles Gute. In einem Kommentar steht beispielsweise, du wirst die beste Mutter überhaupt, alles Glück der Welt.